Unter der anderen Kamera wird der gestrige Tag noch privat besprochen. Und ich finde das immer ganz lustig. Was haben wir denn gestern alles erlebt? Erzähl es uns. Gestern? Ja, was hast du noch Schönes gemacht? Ich habe ein schönes Wetter, Stefan. Ich nicht. Gegönnt sei es dir. Aber natürlich geht der Tag hier bei allen los. Und man muss sich erstmal was erzählen. Ich war gestern beim Physiotherapeuten. Hast du erzählt? Der hat dich richtig herangenommen. Der hat meine Füße bearbeitet. Was immer eine gute Sache ist, wenn ein Physiotherapeut bei mir zumindest mit diesen blöden Hohenschuhen. Aber der hat Sachen gemacht, die sind so schmerzhaft gewesen. Ich habe heute Morgen darüber nachgedacht. Ich glaube, es ist Geburt der Kinder. Und dann kam die Physiotherapie. Und du sagst, beides war am Ende gut. Es war am Ende gut. Genau. Das Ergebnis ist toll. Aber das war so schmerzhaft. Wo war der schlimmste Schmerz am Körper? Also bei der Behandlung. Ich könnte es dir mit deinen Füßen vormachen. Aber vielleicht würde das jetzt auch unsere Freundschaft dann doch überfordern. Aber im Grunde genommen. Okay, lass dir. Komm mal ganz kurz her. Der hat mit seinem Daumen da rein. Aber so krass. Ja, da rein. Ja, es ist ja gut. Es ist gut auch für deine Füße. Es ist so krass rein. Und er hat nicht aufgehört. Er hat ungefähr an jeder Stelle eine Minute verharrt, um dann drei Millimeter daneben nochmal eine Minute zu verharrt. Also so richtig mit so einem Knöchel in die Schlimmen. Die Schlimmsten hatte ich mal am Schienbein. Mit einer so einem, so. Als ob er die ganzen Frust der gesamten Familie, die vererbt wurde, die so richtig viel Lebensfreude hat, der schön in das Schienbein reingezogen. Das hatte ich dann danach. Mit Schienbein hat er weitergemacht. Gruselig. Aber ich bin befreit heute. Ich suche gleich meinen Schuh, den ich irgendwo dahin hingeworfen habe. Und Sie gucken jetzt mal das Wetter an. Morgen. Auch jedes Symbol einmal dabei beim Wetter, siehste. Das stimmt. Hast du was Schönes vor heute? Heute? Heute muss ich tatsächlich wirklich zum Sport. Ein bisschen vergammelt bin ich die letzten Wochen. Ich habe nichts gemacht. Ansonsten, nö. Achso, gestern habe ich endlich einen Friseurtermin bekommen. Nichts ist seltener als ein Friseurtermin. Der ist ja wert wie Feenstaub, so selten. Dabei sehen deine Haare so schön aus. Ach, danke. Danke. Aber trotzdem, man kann noch ein bisschen getrimmt werden. Wir reden heute über das Fasten. Hast du heute schon mal gefastet? Ich habe noch nie gefastet. Ich will nicht mit sowas mein normales Essverhalten angreifen. Deswegen faste ich nicht. Machen ja viele jetzt nach der Karnevalszeit das Gesprächsthema. Und wir haben einen Gast, der das 17 Tage lang gemacht hat, nur mit Säften, hat 10 Kilo verloren. 17 Tage lang? Verrückt. Er sagt selber, er würde es nicht nochmal machen. Und wir werden genau darüber sprechen, was im Grunde dann tatsächlich auch gefährlich oder grenzwertig ist beim Fasten. Spannendes Thema auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und noch spannender sind unsere Internet-Highlights. Wir haben gesucht und gefunden. Wir überlegen gerade, dieses Bild mit dem jungen Mann, der da übers Wasser lief, über den vereisten See. Vielleicht ist das das ganze Geheimnis rundum, er konnte übers Wasser laufen. Jesus hat einfach gewartet, bis der See Genezareth mal kurz ein bisschen Frost angesetzt hat. Das war halt auch schon Klimakrise, weißt du, damals aber in die andere Richtung. Hatte vorher noch nie einer gesehen. Die kannten einfach nur den See. Es ist ja auch keiner da hingegangen, es konnte ja keiner schwimmen. Und dann, Jesus ist drüber gelaufen. Ja, der alte J-Master. Wie wieder ein Mysterium der Welt geklärt. Das nächste Mysterium kommt jetzt. Normalerweise geht es ja um Löffel und Deftiges. Leute kochen, packen es auf den Löffel, so ist The Taste. Seit Jahren super. So, die Coaches lieben aber Süßes und haben wahrscheinlich wirklich bei Sat.1 darum gekämpft, lass uns doch mal was machen, wo nur mit Süßes. Ja. Und jetzt kommt's. Sat.1 sagt ja. The sweet taste. Lecker. 5.38 Uhr, guten Morgen. Waschbären. Ich bin noch nie mit einem Waschbären persönlich über den Weg gelaufen. Ich schon. Wo? Ich schon, vor gar nicht allzu langer Zeit war ein Waschbär bei mir in Göln zu sehen. Und sagt, hallo, na Marlene, wie läuft's? Ja, war da, verschwand in dem Gebüsch, aber da sagte derjenige, das ist ein Waschbär. Die sehen ja immer so ein bisschen aus wie ein Trickdieb. Und genau das Problem hat unser Reporter Philipp Hageny auch. Der hat Waschbären nämlich quasi zu Hause. Ja, das ist auch gut so. Vom A-Team. Wirklich wahr. Das finde ich schon gut. Achtung, ich hätte es mal vielleicht mit Natron versuchen sollen. Eben. Vielleicht hilft das, weil Natron kann ja alles. Geheimwaffe gegen Kalk, Geruchsentferner, kann Pickel bearbeiten. Verrückt. Natron oder, wie der Volksmund sagt, Backpulver. Wir sind doch ganz fasziniert von Helen Möhren, muss ich sagen. Schönes Interview mit, oder von Christoph Schermann, unserem Kollegen, mit einer fantastischen, tollen Schauspielerin. Und ich glaube, die haben immer eine gute Zeit mit Christoph. Also man sieht ja, ob die Bock haben oder nicht. Und ich habe immer das Gefühl, das ist auch für die ein lustiges Gespräch, weil er eben andere Fragen stellt. Kann die sehr, sehr gut knicken. Grüße, Christoph. Knacken. Das ist unser Thema gleich. Junkies, Drogendealer, Diebe und eine neue... 6 Uhr. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Es ist einer der gefährlichsten Orte in Deutschland. Diebstahl, organisierte Kriminalität, Drogengeschäfte machen das Cottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg zum Brennpunkt. Deswegen bekommt der Platz eine neue, eigene Polizeiwache in Berlin. Und die muss am Eröffnungstag sogar selbst unter Polizeischutz gestellt werden. Denn am Kotti sind die Polizisten nicht ganz so gern gesehen. Vor der Eröffnung dieser Wache hat sich laut Polizeigewerkschaft genau ein freiwilliger Beamter für die Arbeit dort gemeldet. Ein Beamter, der sich freiwillig meldet, ist doch verrückt. Aber meine Tochter hat gerade vor kurzem, weil bei Gemischtes Hack bei dem Podcast ständig vom Kotti gesprochen wird. Mama, was ist da wirklich dran an diesem Kotti? Was ist denn daran so besonders? Bisschen spannender. Ein verrufener Ort. 6 Uhr 6, guten Morgen. Hier ist das Frühstücksfernsehen. Und auf einmal, und das ist ja wirklich krass, findet die ganze Welt Aufräumen toll. Millionen Menschen, gerade kurz vorm Einschlafen, schauen anderen dabei zu, wie sie ihren Kühlschrank, Badezimmerschubladen oder Vorratsschränke organisieren. Diese Einsortiervideos sind der absolute Trend in den sozialen Medien. Und dafür gibt es auch gute Gründe. 6 Uhr 31, kurz nach halb sieben. Wir machen ja hier vor allem für Dönikens, haben wichtige Themen und manchmal, und nicht selten haben wir Themen, die uns bewegen. Ich möchte dir was zeigen, was ich gerade im Internet gefunden habe. Und zwar habe ich das gesehen bei Twitter beim Chefredakteur von Elf Freunde. Fußball. Achtung, Philipp Köster. So. Es gibt einen Fußballer, der heißt Ken Zema von Watford FC. Muss niemandem was sagen. Er hat ein Interview gegeben und das finde ich ganz beeindruckend. Bitte einmal ganz genau hinschauen. Und wir sprechen jetzt über Cybermobbing, weshalb besonders Kinder und Jugendliche bei diesen persönlichen Angriffen im Netz total alleingelassen werden und wohin sie sich wenden können bei einem solchen Fall. Darüber sprechen wir mit dem jungen Mann Lukas Poland. Er wurde selbst zum Mobbing-Opfer und hat schon mit 14 einen Verein gegründet und bietet seitdem Hilfe an. Ganz beeindruckend, seine Geschichte gleich nach der Werbung. Mittwochmorgen. Schön, dass Sie mit uns in den Tag starten. Unsere 100.000-Euro-Wochen bedeuten, dass es heute 10.000 gibt. Rufen Sie an bis 9 Uhr. Das Geld ist per Blitzüberweisung schon morgen bei Ihnen. 01379 44 44 01. Kennwort Sat.1 oder eine SMS mit Sat.1 an 3 mal die 4, 3 mal die 1. So, manche haben ja schon Schwierigkeiten mit dem Vorwärtslaufen. Joggen ist für viele zu anstrengend. Da muss doch mal auch der Schweinehund überwunden werden. Man könnte es einmal ganz anders machen. Ja, entweder gar nicht laufen oder rückwärts. Fast jeder von uns hat wahrscheinlich im Leben schon mal jemand anders gepiesackt und der ein oder andere kennt auch das Gefühl, wie es sich anfühlt, wenn man gehänselt wird. Wann wird aber aus einem fiesen Scherz Mobbing und heutzutage eben auch Cybermobbing? Mehr als 1,8 Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind laut einer aktuellen Studie von Cybermobbing betroffen. Die gesundheitlichen Folgen werden oft total unterschätzt. Lukas Poland ist 18 Jahre heute bei uns im Studio. Er ist selber sehr früh schon Opfer von böswilligen Angriffen im Netz geworden und hat mit 14 Jahren schon den Verein Cybermobbing e.V. gegründet. Dort hilft er Kindern und Jugendlichen in diesen Situationen und ist heute Morgen bei uns. Wir haben uns aufs Du geeignet, Lukas, geeinigt. Schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Morgen. Erzähl nochmal die Situation, du warst zwölf Jahre alt. Es gab so einen typischen Streit in der Klasse zwischen zwei Mädchen und du hattest das Gefühl, ein Mädchen wird da von allen auf einmal attackiert. Wie bist du denn eingeschritten?